jo leute und damit willkommen zurück zu minecraft metary energy mit dem flash mit centus hallo so flash hat einiges vorbereitet in der zeit möchtest du es zeigen ja mach du mal kannst du ja zeigen ja kann ich ja zeigen deine leute können das ja auch sehen oder nicht okay ich komm mit oder soll ich dir alles erklären hier wo bist du gerade bei der monsterfalle die schöne neue monsterfalle die wir gestellt haben kannst du das auch erklären ja ich habe ein bisschen vorbereitet knapp zwei stunden so etwas ganz einfaches gemacht eine monsterfalle aufgebaut für uns dass sie so ein bisschen nebenbei schon mal läuft wenn ich aktiv ein bisschen bin das springte gleich wieder runter oben haben wir dieses wie heißt die quest oder so weit die monster ausbauen und hier sind halt die fallen für die kippen sind das kann auch mal reingucken sieht das ja sind halt die creeper da drinnen die halten nicht verrecken ich weiß auch nicht warum fragt doch einfach mal die finalen geschoben getötet und alles dann hier sortiert ein bisschen wie es weit geht das ist eigentlich das meiste was wir haben das ging halt relativ schnell ja dann hat er hier oben noch ein einstückstück reingemacht genau dass man da in der zeit richtig wenn man da afk drin steht hat man halt hier ein bisschen zum spawnen wenn man gerade essen ist oder so da kann man sich reinsetzen das ist halt das einfachste so was wir jetzt gemacht hatten noch dann habe ich hier hinten in der ecke unsere schweine spawner benutzt kleine farben aufgebaut für die schweine die spawnen da oben in der etage auf einer fläche bekommen wir glaube ich gar nicht hin habe ich blöcke mit aber ich habe eine kleine farm da will ich jetzt noch nicht runter fallen gleich ich jetzt halt gleich noch nicht runter fahren da kommt auch gejumpt hier ist halt diese farben wo sie halt dann im abwechselnd runter fallen halt im kurzen abstand beziehen dass das ja die gab es auch für der quest aus dem beutel von den episch oder letzten der bisher werden haben wir die bekommen die sind halt dass der server nicht select habe ich halt einen großen deal reingemacht die fallen dann halt immer darunter da ist halt die hühner farben dadurch die halt die eier reingetan die wir noch übrig hatten ist ja auch weg jetzt muss ich alles abreißen da oder nicht eine gute welt ich darf nur nicht zu tief und da falle ich eine da falle ich hier runter viele war ja um mich da hinten in der ecke ist halt noch so ein klein bisschen strom versorgen die mit kohle läuft aber momentan ist keine kohle verfügbar weil hab nichts habe alles schon verbrannt was ich gemacht habe ja weil sie gemacht hatte aua dann hatte ich eine bambus farm kleine angelegt jetzt wächst hier ist so eine lavastation selbst produzierend aber halt noch kein strom momentan weil strommangel haben wir immer wollten halt 36 noch machen könnte man eigentlich gleich noch machen ja gut die die war schon letztens fertig ja die war schon fertig ja ja die war schon fertig dann hätte so eine kleine biomasse anlage also ganz eng beibehalten dass ich halt nicht so viel strom verschwende auf dem weg das war es eigentlich hier ganz unten habe ich da finde ich spring auf dem ding ganz und habe ich bock aufgestellt es laufen lassen dann halt hier diese soil raus bekommen das glaube ich nix drunter das ist die andere kiste noch sind die kisten noch die voll gefüllt und sonst habe ich ihn noch ein bisschen für die bienen aufgebaut ein bisschen bisschen ja er lag ein bisschen hallo das ist nicht viel hier ist ein bisschen bienen aufbau ein bisschen ja ein bisschen erzähl was ich alles veranstaltet hat in der zeit wo ich arbeiten war hallo ich habe auch einmal gearbeitet ja aufnehmen rennen hier laufen halt noch bienen hier mache ich gerade die nächste quest für die bienen fertig für die nächsten drops und die anderen sind bald nur nebenbei ein bisschen zum herstellen hier unten eine kleine plattform aufgestellt oder in filter strom ja die beste option was man halt so machen kann aber hinten muss ich meinen strom umstellen 50 weniger ok ja und dann war hat man eigentlich nix männer ja und jetzt wollte mal die letzten quest noch machen die wir noch so im tage haben dann mal schauen wie lange wir heute machen und dann zum ende noch so ein kleines letztes video wo wir dann halt viel viel vorbereiten die allen letzten quest alle so mit einem rutsch durchgehen und dann das projekt so langsam beenden denn wir wollen jetzt nicht so lange noch in diesem projekt harren und da eigentlich schon doch mal sagen dass wir schon neues machen ja weil so allmählich wird da schon zu viele folgen bei dem projekt ist so schön und gut dass wir schon so viele haben aber nach der zeit wird das auch ein bisschen langweilig wenn du nur am questen bist genau und nicht wirklich selbstständig alles bauen kannst richtig dass du irgendwas anderes machst sondern immer nach den questen gehen muss mehr oder weniger da haben wir uns so entschieden dass dann schnellstmögliches beenden richtig und das machen wir dann jetzt so die nächsten stunden sag ich mal dass wir jetzt nicht so aber wir haben mich sehen kloppt mir projekt war glaube ich irgendwie unter 180 folgen 85 folgen hatte ich spinnen 185 folgen hattest du guck und da habe gesagt jetzt machen wir dann irgendwie so schluss sein so langsam dann gucken wir was wir langsam alles vorankommen dann nehmen wir das modpack infinity und bauen uns da was auf ja wie im bekloppt projekt also ein bisschen ausrasten wir wissen aber nicht ob wir halt zusammen ein haus beziehen ja aber generell wollten du wolltest ja eigentlich auch zusammen ja ich wollte zusammen ziehen weil zeit da wir einmal so weit auseinander waren lava und dass wir das nämlich auch mal machen dass wir auseinander also zusammenbauen da war es würde sich vielleicht auch lohnen für uns beide mal schauen wie es dann so läuft ja ich höre nur die skeule von ich muss den sound leiser stellen tut mir leid hier konnte man noch nicht mal das einzelne einstellen da gab es ja gut dann müssen die leute halt damit austausch an das ein adamantinen bahn fehlt doch nur noch was ich jetzt machen wird die monster farm werde erstmal deaktiviert dass ich noch mal in den dungeon reingehen bis dann redstone farm gehe das was wir noch brauchen ja ja das wenn wofür braucht es für flüssiges fuel ne richtig genau für flüssiges redstone ich sammle jetzt meine tasche ist voller lab aber wenn ich mob oder so bei uns explodiert portal habe ich ihn gemacht ja machen wir jetzt halt hier noch so ich gehe jetzt so in der hölle sammeln hat ein bisschen zeug auf ein paar lava buckets mit für request für die barrels die noch so übrig bleiben und dann habe ich schon viel viel wieder geschafft eigentlich die letzte folge hat man gar nicht so viel geschafft so viele quest auf einmal naja dadurch dass du jetzt das ab weg gemacht hat es sind die ganzen fackeln auch verschworen und alles voller monster wo ja wo wohl wo meinst du da war noch keine fackeln mehr ja die hatte ich oben aufgestellt dass da oben drauf nichts bauen und dadurch kann ja eigentlich nicht sein dadurch dass das weg gemacht hast verschwinden die ja auch die fackeln weil die oben drauf stehen und nicht den bereich was der gemacht da schaffst du schon ja problem ist wenn man keine fackeln mehr hat aber das ist natürlich blöd das war sie einmal das ist schon gut warum keine fackeln mehr habe ich in einem teich mir tut es leid für die ganzen scheiß nicht sterben haben wir eh genug leben weil es ist auch für die questen sind immer so nervig aber solange wir alles abschließen jetzt zum schluss ist das alles gut ich nehme keinen schaden er kriegt noch hunger wer auch nicht wo du bist die gespinne und nämlich die schrutschwerter also nicht warum mal zentos bei ihnen darum jetzt hätten eigentlich hätte ich eigentlich tessowack tieren stellen sollen tessowack der eigentlich die einmal direkt leer hat drüben bei dir ist ja da ständig aktiv die chunks laden ja eigentlich alles binnie boi aber wie war das du bist gerade in der hölle ne ja warum wenn ich hier difficulty macht dann nimmt das geht das nicht auf die hölle nein sollte es nicht aber ich weiß es nicht ich glaube nicht weil das geht mir gerade nämlich tierisch auf die nerven sorry aber halt wie mobs hier mal kurz aus normalerweise war das beim letzten mal ja schon okay sie sind weg ja ich hab ruhe vor den gas der froh ja waren doch schon einige ja das ist schon extrem in den gas eigentlich alles aus nicht so gut für die ohren sag ich mal wie gesagt eigentlich war das alles ausgeleuchtet ja ich weiß wegen der monster falle nein ich meine und dann ist das eigentlich kein geschichte jetzt